Geek Talk, der europäische Tech-Podcast. Guten Morgen aus Wien am Donnerstag, dem 13. Juli. Guten Morgen beim Geek Talk Daily. Ich habe wieder 10 Technik-Themen für euch vorbereitet. Wir beginnen bei Kobi, gehen zu Rewe, zum Facebook-Messenger, zu Samsung Frame, zu Dell, zu Microsoft, zu Google, zu Logitech und zu Pokémon Go. Wir starten bei Kobi und das ist ein spannendes neues Kickstarter-Produkt, für das der Martin auf dem Bukipsi-Blog auch schon einen längeren Artikel verfasst hat, der es in den Show Notes verlinkt. Im Endeffekt handelt es sich um einen smarten Lautsprecher mit einem quelloffenen Betriebssystem, das auf Amazon und Alexa beruht. Auf der einen Seite eben, ihr bekommt smartes Licht geboten. Ich glaube, ich habe vorher Lautsprecher gesagt, es ist Licht. Ihr könnt damit aber eure Lautsprecher bedienen, so sehr ihr das wollt, denn im Endeffekt kann sich Kobi mit all euren Smart Home-Anwendungen dann auch verbinden. Die Firma dahinter kennen wir schon, die heißt Zenic, die hat den Nuimo bereits produziert, der ist auf Amazon noch schon erhältlich. Das ist ein smarter Schalter, mit dem ihr ihr komplette Smart Home steuern könnt. Erhältlich ist das Ganze aktuell eben auf Kickstarter, das ist eine Crowdfunding-Kampagne. Los geht es bei 179 Euro für das Licht quasi an sich. Geliefert wird das Ganze dann im März 2018. Wir kommen zu REWE in Deutschland. Die bieten jetzt eine interessante Option rund um die Lieferung ihrer Lebensmittel an. Die bieten ja mittlerweile eben auch einen Lieferdienst und die bieten jetzt auch eine Flatrate an. Bedeutet, für die Lieferflat komplett zahlt ihr 26,99 Euro für drei Monate oder 9,99 Euro für einen Monat. Ihr könnt bestellen, so viel ihr wollt, von den Tagen Montag bis Samstag. Oder aber ihr nehmt die Lieferflat kompakt. Die kostet dann nur 18,99 Euro, da wird dann Dienstag bis Donnerstag zugestellt. Im Endeffekt wahrscheinlich dann quasi der Versuch von REWE gegen Amazon Fresh vorzugehen. Durchaus eine spannende Sache. Konkurrenz belebt ihr das Geschäft. Wir kommen zu Facebook und da hat man eine großartige Ankündigung heute gemacht. Today we are pleased to announce the global beta expansion of Messenger ads. Übersetzt aus der Pressemeldung, heute kündigen wir die globale Ausrollung der Messenger-Werbung an. Bedeutet, ab sofort werden Nutzer in der Nachrichtenübersicht ihres Facebook-Messengers Werbebanners sehen. Hurra, hurra. Wir kommen zu Samsung und da ist es tatsächlich eine interessante Ankündigung. Die haben auf der CES ja The Frame gezeigt. Das sind besonders hübsche, dünne Fernseher. Die werden mit nur einem Kabel mit einem Bass verbunden. Das hat LG auch schon im Angebot. Die sehen aber quasi mehr oder minder so aus wie Bilderrahmen, wenn man so will. Im Endeffekt kann man die dann quasi sehr, sehr schön in seine Heimat integrieren, ohne dass es irgendwie zu stark nach Technik aussieht. Da sind auch schon Bilder quasi vorintegriert. Das heißt, wenn der Fernseher nicht läuft, kann man sich dann tatsächlich auch Bilder anzeigen lassen. Oder aber eben eigene Bilder. Preislich, naja, ganz schön happig würde ich mal sagen. Der 65 Zoll Fernseher kostet 3200 Euro. Der 55 Zoll Fernseher 2300 Euro. Die Rahmen kann man dann optional dazu kaufen. Da kostet die weiße Variante zum Beispiel 250 Euro. Gibt es auch noch Varianten in Walnuss und Beige. Wir kommen zu Dell und die haben ein neues Gerät angekündigt. Den Dell Latitude 7285. Toller Name für eigentlich ein wesentlich interessanteres Produkt. Der Name hergibt im Endeffekt ein Surface Clone, sofern man den will. Das besonders Spannende an der ganzen Geschichte ist allerdings, dieses Gerät ist das erste, das auch wireless geladen werden kann. Einziger Nachteil in der ganzen Geschichte, die Variante, euer Gerät drahtlos dann auch aufzuladen, alleine da das Zubehör kostet ungefähr 600 US-Dollar. Wir kommen zu Microsoft und haben quasi unseren Untoten des Jahres. Die haben jetzt offiziell den Support für Windows Phone eingestellt. Achtung, das heißt nicht Windows 10 Mobile. Das läuft nicht unter der Windows Phone Schiene, sondern quasi die Windows 8 Änderung für den Mobile Markt. Das heißt, nach nicht mal ganz drei Jahren wurde der Support für Windows Phone 8.1 eingestellt. Sofern ihr so ein Gerät habt, was bedeutet das jetzt? Ihr werdet keine Updates mehr erhalten, leider. Windows 10 Mobile ist nach wie vor am Leben, wobei da gibt es keine Informationen dazu, wie es weitergeht. Man hat simpel nur den Support für 8.1 eingestellt. Wir kommen zu Google und die haben jetzt Backup und Sync endlich veröffentlicht. Ich hatte ja schon die News für euch, dass quasi Google Fotos und Google Drive zusammengeschmissen wären in einer eigenen Anwendung. Das Ganze hat sich dann ein bisschen verzögert. Jetzt ist Google Backup und Sync aber erhältlich. Im Endeffekt, ja, ich habe es zwar schon installiert und eingerichtet, keine großartigen Neuerungen, nur dass das alles eben jetzt in einer eigenen App ist und dass es ein bisschen einfacher und hübscher zum Konfigurieren ist. Das persönlich finde ich ganz angenehm, aber jetzt keine großartige Verbesserung, wenn man so möchte. Wir bleiben bei Google und da kommen wir zu einem Leak für das kommende Pixel Phone. Es gibt ja schon länger die Gerüchte, dass Google jetzt eine zweite Pixel Phone Reihe ankündigen wird und Bilder des Google Pixel XL2 sollen veröffentlicht worden sein. Ja, ein relativ randloses Gerät wieder, vor allem links und rechts, sieht dem Galaxy S8 eigentlich sehr ähnlich, hat einen 2 zu 1 Formfaktor, das heißt, das Gerät ist relativ hoch und nicht allzu breit, dadurch soll es besser zum Greifen sein und wird genauso wie das HTC U11, so zumindest das Gerücht, das aber schon sehr gut aussieht, einen drucksensitiven Rahmen erhalten. Das Einzige, was an dem Gerücht etwas komisch wirkt, es sieht so aus, als habe das Gerät nur eine Kamera, gerade in Zeiten, wo die größeren Smartphones ja durchaus Dual-Kameras haben. Ein kleiner Grund zumindest, um ein bisschen an dem Gerät und an den Fotos zu zweifeln. Wir kommen zu Logitech und einer kurzen News aus der Gaming-Industrie. Logitech hat heute den Gaming-Hersteller Astro übernommen. Das lassen sie sich immerhin ganze 85 Millionen Dollar, also fast 75 Millionen Euro kosten. Anfang August soll das Ganze bereits über die Bühne gehen. Astro ist vor allem dafür bekannt, dass sie Kopfhörer herstellen. Wäre ja nicht so, es hätte Logitech mit Ultimate Ears nicht schon einen guten Kopfhörerhersteller eingekauft, aber im Gaming-Bereich hatten sie da noch nichts Passendes. Dementsprechend war man auf Shopping-Tour. Logitech generell aktuell sehr erfolgreich. Erstes Geschäftsquartal brachte 2,2 Milliarden Dollar an Umsatz. Zuletzt noch eine Game-News, diesmal zu Pokémon GO und da sind wir jetzt ja quasi im einjährigen Jubiläum mittendrin. Die Ankündigungen rund um die Veranstaltungen beziehungsweise die Aktionen um den einjährigen Geburtstag waren relativ ernüchternd. Im Endeffekt ein neuer Pokémon-Hut-Pikachu-Variante und ein 11 Euro teures Anniversary-Pack war nicht besonders viel. Jetzt wurde angekündigt, das ist noch nicht alles. Es wird quasi neue Raids geben. Nennt sich Pokémon GO Safari Zone. Dort sollen Trainer zusammenarbeiten und auch Pokémons fangen können, die es sonst auf dem Kontinent nicht gibt. Einzige schlechte Nachricht, also zuerst die positive, ja, diese Events kommen auch nach Europa, aber leider nur in sehr begrenzte Regionen. In Deutschland wäre das Zentrum in Oberhausen dabei, Österreich und die Schweiz sind leider gar nicht vertreten. Ja, im Endeffekt, es ist ein Link in den Journals verlinkt. Dort könnt ihr nachgucken. Diese Events tauchen niemals auch immer nur einen Tag. Finde ich leider ein bisschen schade und ein bisschen schwach. Vor allem, warum sie dann nicht gleich alle Einkaufszentren verwendet haben, die sie sonst hätten. Dann hätte ich in Wien auch eines. Und nur ein Tag ist halt auch relativ kurz. Ja, kurz war diese Folge nicht. Dafür, dass eigentlich immer alle über das Sommerloch klagen. Ich hoffe, ihr habt einen schönen Tag, auch hoffentlich einen kurzen Arbeitstag. Und wir hören uns dann morgen das letzte Mal für diese Woche. Bis morgen und ciao. Hört mehr Geek Talk.